ja hallo herzlich willkommen liebe community hier bei mir mit dem krisi schnissi und plan b terraform ja kleines feines early access 10 euro spiel hier bei mir auf dem kanal ja wir wollen es mal spielen es geht darum einen planeten zu terraformen zu überleben materialien zu liefern und so weiter und so fort wir werden sehen was daraus wird ich bin sehr gespannt ich habe da voll bock drauf kostet 10 euro aktuell sogar 9 uhr heute glaube ich bei steam link pack ich euch rund unten in die video beschreibung und wir wollen das mal gemeinsam spielen ich habe es noch gar nicht gespielt nicht eine einzige sekunde also dementsprechend können wir hier mal gemeinsam los starten wir gucken uns mal das team an wer ist das team okay das ist hier ja noch so schön wie früher so ein wunderschöne credits gucken wir uns später an jetzt wollen wir anfangen wir machen neuen planeten wir nehmen wir den berzo berzo klingt geil berzo nehmen wir berzo heißt unser planet wir werden das ganze jetzt in 4k spielen das heißt also es kann sein dass das ganze ein bisschen klein wird für euch sein auf dem 2k bildschirm was so texte angeht aber im prinzip ja kriegen wir es hin ständig mit vorräten beliefern und terraforming projekte verwalten viel glück ja danke 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 geht los ach das unser planet berzo auch mit eiskappe unten und oben sehr schön eieieieieiei ist aus wie mars oh was ist das ja new was new ques was steht da ich kann es nicht lesen das ist so klein das ist so klein ich kann es nicht lesen hallo versuch als erstes kamera bewegen ach rechte maustaste ja ist klar kann ich habe ich raus wie vom geht oder ist das so laut eieieiei ich werde fast vom tisch gefallen ja mit mausrad über der planeten ansicht herauszummen ja haben wir ihn gekriegt jawohl der zoom ist aber sehr schnell linke maustaste ein eisen auswählen oh eisen ist hier haben wir eisen jawohl ach jawohl hier ist eisen hammer ein extraktor bauen und eisen platzieren alles klar hier haben wir den extraktor das ist ja wirklich klein meine herren ist das klein kann man das irgendwie skalieren also ich sehe es noch aber ihr seht das bestimmt nachher nicht mehr hier kann man skalieren ja hier machen wir mal 150 prozent jawohl jawohl das ist ja die übliche größe die kennen wir doch von windows so hier müssen extraktor bauen jetzt müssen hier eisen bauen und hier funktioniert das somit so kennt man ja hier so mit so teils und wir werden mal gleich hier ein extraktor hin bauen und jetzt was will er jetzt von uns bau ein depot das klar bauen wir bauen das aber hier oben hin oder hier außen und da sollen die eisen hinlegen so was passiert jetzt hier jetzt extraktet der extraktor jetzt haben wir eine eine fabrik hier neben das depot bauen und wir wollen stahl bauen ja alles klar ach guckt jetzt holen die roboter den schnatter und machen das dahin so jetzt einfach noch ein depot neben die fabrik packen das packen wir mal dahin und da sagen wir denn wir wollen stahl stäbe rein haben das ist das auf stahl stäbe gestellt ja auf stahl stäbe ist gestellt ein fertigungswerk bauen und neben dem depot auf dem boden packen was fertigungswerk fertigungswerk so haben wir und was wollen wir bauen was wollen wir bauen open der help screen hier oben ist der help screen oben links ja okay warte 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 machen wir gleich alles klar haben wir ja hier sehen wir die verschiedenen ketten ja da brauchen wir nicht drüber reden das kennen wir noch das kennen wir noch das sei es kein ding so die bauen jetzt extraktoren wenn die stahl stäbe kriegen würden die kriegen aber keine stahl stäbe weil die hier zu langsam sind also wollen wir hier mal noch ein paar extraktoren dazu aber da habe ich jetzt natürlich gefällt wahrscheinlich ich weiß gar nicht kann der das dann auch noch da abliefern ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich weiß also der stellt jetzt extraktoren her hier na genau extraktoren genau so warte mal jetzt gucken wir mal hier der hier ob der jetzt ablädt ah ja 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 fliegt rum und holt den schnatter das ist gut das ist gut das gucken wir unten rechts kommen ja schmeißt das hier neben sich und drohnie holt es nicht ab ei 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 da haben wir scheiße gebaut alles klar dann reißen wir die wieder ab die hoschis der holt also nur die direkt an ihm dran liegen okay wir können aber hier noch ein depot hinbauen wir bauen mal hier ein depot hin machen das aus eisen und bauen jetzt hier mal die extraktoren drumherum dann müsste ja theoretisch diese kleine drohne hier die hier drin ist auf dem depot müsste das dann abholen so zehn extraktoren wir haben 1 2 3 4 5 6 7 und 8 können wir dran bauen und dann müssen wir ja schon wieder eine fabrik bauen okay dann machen wir hier eine fabrik hin die fabrik möchte bitte stahlstäbe bauen genau dann wieder ein depot mit stahlstäben und wir bauen noch eine weitere fertigungsfabrik hier drunter die soll uns die post bauen genau jetzt haben wir die post alles klar und extraktoren können wir jetzt ja auch bauen wenn der hier oben mal fertig ist aber da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen nacharbeiten weil ja aber wir können das hier folgendermaßen machen pass mal auf wenn ich jetzt hier ein depot hin baue und was will ich denn da drin haben stahl stäbe wir können hier eisen rein machen und hier auch eisen dann können wir hier nämlich noch weitere extraktoren drumherum bauen raus ist jetzt der hier fängt jetzt mal irgendwann an extraktoren zu bauen ach der braucht drei stahlstäbe okay alles klar alles klar ich hab's verstanden alles klar die fangen jetzt hier schon an sehr schön so theoretisch warum jetzt hier erstmal den letzten hin genau damit das hier ein bisschen radiert das steht hier 8 von 10 wir müssen 18 extraktoren bauen alles klar machen wir ja wir können das spiel noch beschleunigen aber das wollen wir noch nicht machen guck mal hier mineralien an sich ach guck mal wie gibt es die ganze mineralien und wasser hat kann man auch noch mal mal gucken wenn wir irgendwann wasser haben so zehn extraktoren wir sind dran wir sind dran der braucht hier immer so lange weil er hier zu wenig kram bekommt okay ach hier guck mal hier sind die farben das eisen und das ist hier irgendwas anderes ja die stahlstäbe alles klar kriegen wir hin jetzt bau doch mal so ein extraktor hier das dauert ja ewig das dauert ewig weil er keine dings bekommt keine stahlstäbe alles klar ach so wartet mal wir können ja hier noch ein depot bauen wir bauen mal hier hier noch ein depot hin und da packen wir ach so nie brauchen wir gar nicht das war quatsch egal was ich gerade gemacht habe ich dachte ich könnte die depots dann auch noch in ein lager packen da brauche ich nicht ich kann hier einfach so also wenn wir jetzt hier noch ein hinbauen müssten wir ja mehr mehr eisen bekommen ja hier müssen wir noch wie viel weiter rein doch naja mit meisen aber ist okay wir können immer ein bisschen vorspulen ja also er verteilt das auf jeden fall das ist schon mal gut das gefällt mir sehr schön sehr schön sehr schön so wir haben zehn extraktoren platziert hammer sehr schön juhu level 2 fünfer fabrik bauen und auf den boden platzieren dann müssen wir mechanische teile bauen fabriken und fertigungswerke können wir dann herstellen okay aber wir müssen jetzt hier erstmal weitermachen wir müssen hier noch ein bisschen mehr power einbringen und zwar wenn ich jetzt hier noch ein paar depots hin baue müsste ich auch ein bisschen mehr eisen bekommen schätze ich mal oder aber wenn ich das depot hier hin baue dann kriege ich da keine extraktoren mehr dran aber ist egal wir machen das so bei eisen so wunderbar wir brauchen viel mehr eisen eisen na das dauert doch ganz schön lange ja also da muss man schon ein bisschen finger ziehen hier es ist wahrscheinlich besser weil jetzt haben wir immer nur zwei extraktoren pro depot das ist eigentlich total doof aber können wir jetzt nicht noch eine zweite fabrik bauen die auch noch stahlstäbe baut und jetzt noch hier im depot dazu wo eisen drauf steht dann wird die fabrik ja auch versorgt genau alles klar aber ja so will ich das haben so ja das müssen wir anders bauen also das mit dieser linie mit den depots hier ist eigentlich total blöd das ist eigentlich voll blöd aber der kann jetzt hier fleißig machen ne ja das läuft und jetzt könnten wir theoretisch noch eine fabrik bauen da brauchen wir mechanische teile wer stellt die denn her das ding hier stellt die her oder ja 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 okay eine mechanische teile fabrik machen wir anders ähm mechanische teile brauchen wir glaube ich aluminium schwefel schwefel aluminium hier haben wir es doch schon hier haben wir noch so viel eisen überall okay hier haben wir aluminium hier haben wir aluminium dann machen wir jetzt hier ähm bauen wir mal hier mitten rein ein depot naja obwohl mitten rein ist eigentlich total blöd wir bauen einen extraktor hier am rand auf äh dann bauen wir hier in der mitte ein depot rein äh da soll bitte aluminium mehr zahlen und dann so äh ah jetzt haben wir natürlich das problem wir müssen eine fabrik abreißen die brauchen wir nämlich da drüben äh wo ist jetzt hier das aluminium hier so und du fertigst jetzt mich schau nicht das geteile ach so die brauchen nicht wirklich stahlstäbe alter jetzt halte ich mich ja wirklich selbst die rollt gerade sehr schön ok 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 wir bauen das hier so äh so äh ok stahlstäbe wo haben wir denn stahlstäbe hier haben wir stahlstäbe ok alles klar also dann du dahin und du baust mechanische teile und die mechanischen teile brauchen wir nirgendwo speichern nee brauchen wir nicht nee 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 aber hier kommen stahlstäbe an und der braucht stahlstäbe genau warum ist der der ist zu langsam hier ne na guck mal das eisen jetzt geht hier die post ab juhu ok wir brauchen mehr sachen die stahlstäbe produzieren oh ja 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 ok pass auf wir machen das anders wir nehmen die hier mal wieder und wir machen eine neue eisenlinie auf und zwar bauen wir hier mal ein depot hin ja wir bauen das mal dein eisen und wir jetzt mal hier alle bing bong bing bong bing dann eine fabrik dahin oh ne warte du machst jetzt erstmal stahlstäbe genau und dann brauche ich ja noch eine fabrik um mechanische teile aus den stahlstäben herzustellen da machen wir jetzt stahlstäbe hin genau und jetzt muss ich noch eine fabrik abbauen theoretisch weil ich hab gar nicht das material für so viel kram hier so jetzt haben wir hier stahlstäbe so und aus den stahlstäben können wir in einer fabrik mechanische teile herstellen aber die können wir nicht herstellen weil wir haben nicht genug ok dann klauen wir uns hier nochmal hier haben wir noch keine fabrik ok wieso habe ich denn so wenig fabriken dann müssen wir jetzt eine fabrik hier klauen ja wir nehmen mal die fabrik hier von von den dings hier die klauen wir uns mal tut mir ja leid aber muss jetzt sein und du stellst mechanische teile her so und dann haben wir mechanische teile genau dann können wir nämlich jetzt auch eine neue fabrik da unten reinbauen und dann haben wir hier wieder eine fabrik genau die stahlstangen hergestellt richtig richtig dreimal brauchen wir welche ok wie viel haben wir schon der ist voll ach jetzt sag nicht der braucht ein Depot mechanische teile der braucht ein Depot tatsächlich so wir haben doch aber jetzt schon mechanische teile warum kann ich denn jetzt hier noch keine bauen sind das schon mechanische ja mechanische teile mal 6 aber ich kann keine fabrik bauen warum nicht hä verstehe ich nicht das verstehe ich jetzt gerade nicht bin ich jetzt gerade auf den back gestoßen also ich mache aus Eisen Eisen Stangen hier Eisen Stahlstäbe aus den Stahlstäben mache ich die mechanische teile ich habe mechanische teile aber ich kann das hier nicht bauen produzier zwischenprodukte ich brauche drei mechanische teile die habe ich doch da sind sie doch fad wieso geht das nicht wo ist denn jetzt das Problem hier ach nö ach man warum jetzt mal ernsthaft ist das jetzt ein bug oder bin ich zu blöd ich habe ein Depot und in diesem Depot liegen mechanische teile die heißen so mechanische teile hammer aber ich kann ja nichts bauen kosten dreimal mechanische teile okay dann würde ich sagen versuchen wir mal das Spiel zu speichern und wir laden das nochmal neu bis gleich Ladezeiten sind unfassbar langsam na natürlich nicht so gucken wir mal nein wir können immer noch keine mechanischen teile das ist ja unglaublich warum nicht woran liegt es verstehe ich nicht ich habe doch mechanische teile was steht denn hier in der Hilfe bis jetzt in der Lage objekte zu bauen alles klar ja bin ich hier mechanische teile gucken wir hier nochmal rein also Lagerung Transport Verarbeiten Ressourcen Herstellung von Endprodukten will ein Gebäude aus Zähler zeigt an wie viel du gemacht oder zu Beginn des Spiels erhalten hast benutze diesen Button oder das um hier beide zu löschen Mausrad verknüpfen lalalala klar ja auch das ist klar ja das mit den Straßen kommt alles noch Stadtversorgung kommt noch tja es wird ja ein kurzes Let's Play würde ich sagen nun ich hätte mechanische teile tatsächlich vorrätig er sagt mir er sieht nicht Tja das ist jetzt blöd die stellen Stahlstäbe her die gehen hier ins Depot aus den Stahlstäben machen wir mechanische Teile da sind mechanische Teile ich habe neuen Bewohner oder neuen Roboter also ich soll bauen fünfmal Fabriken bauen da brauche ich mechanische Teile Fabriken Kartionswerk habe ich Kartionswerk naja denn würde ich sagen du warst das jetzt erstmal für die erste Folge ich schreibe mal den Entwickler an oder die Entwickler irgendwas backt hier weil ich habe die mechanischen Teile da kann aber nicht bauen ne geht nicht oder werden die irgendwo hergestellt in einer anderen Fabrik ah warte Sekunde nein werden sie nicht werden die in einem Fertigungswerk hergestellt ja sehr schön wieder mal war der Bug vorm Computer Chrissy Junge ey du bist echt so ein Lappen Junge ey du bist so ein Lappen Junge das geht gar nicht ich bin so blöd wie zwei Meter Weltweg ey das gibt es ja gar nicht ey da musst du echt mal drauf kommen ey ich dachte wenn ich mechanische Teile habe dann ist das ein Rohstoff und dann kann ich diese Fabriken aus diesem Rohstoff bauen nein ich muss die Fabriken erst selber in Fertigungswerken bauen ja lesen bildet würde ich sagen sehr schön sehr schön Chrissy hast du gut gemacht Chrissy ein Bienchen kannst du ausmalen so und das Fertigungswerk brauche ich ja auch also jetzt brauche ich ja noch eine Fabrik genau noch eine Fabrik so nein 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 keine Fabrik nein nein das war falsch das war falsch keine Fabrik ich brauche noch ein Fertigungswerk jetzt habe ich so ah warte mal das Ding nein das Ding hier muss jetzt erstmal Fertigungswerke herstellen so jetzt haben wir es so so wird ein Schuh draus so dann können wir nämlich hier nochmal schnell noch eine Linie runter bauen mit Depots Eisen 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 hier bauen wir jetzt ohne Ende Fabriken dran die sollen Stahlstäbe nein mechanische Teile herstellen ja ja ich habe es verstanden jetzt sind wir im nächsten Zeitalter alles klar so und du bekommst jetzt hier ein Depot dran mit Stahl nee mit hier mechanischen Teile du bekommst auch ein Depot mit mechanischen Teilen und warum weil die Stahlstäbe brauchen oh ey Chrissy ey sehr schön gibt es irgendeine Tastenkombination wie man das hier unten auslösen kann hier nee so so jetzt brauchen wir nämlich erst mal Fabriken und die Fabriken müssen jetzt erst mal Stahlstäbe machen genau so so und aus den Stahlstäben machen die weiteren Fabriken dann Dingsbums hier so Fertigungswerk bam du baust Fabriken so jetzt haben wir es ha ich habe es raus was können die eigentlich noch bauen nichts weiter aber wir im Versorgungszentrum können wir bauen und wir können Straßen, LKW und Lastwagen bauen alles klar okay so und die brauchen jetzt hier noch Depots und da müssen Stahlstäbe rein Hammer und aus den Stahlstäben bauen wir die Straßen auch erst ersterben da brauchen wir konkret okay alles klar die bauen jetzt haben wir alles jetzt haben wir jetzt haben wir alles jetzt haben wir alles die können noch Extraktoren bauen oder nee warte mal die können hier noch Fabriken bauen hier achso da brauchen wir mechanische Teile für na komm mal hier mach mal wirklich das Ding so lass sie mal hier machen das ist alles gut so hier noch Fabriken du baust Stahlstäbe und du baust auch Stahlstäbe und du hier brauchst Stahlstäbe so jetzt haben wir erstmal eine Million Stahlstäbe und die können jetzt erstmal bauen so dann können die ja nämlich was machen und dann ist alles gut Extraktoren haben wir auch hier noch die stehen ja auch schon rum alles ist gut alles ist gut so sehr schön wir bauen aber keine Fabriken warum bauen wir auch jetzt bauen wir Fabriken alles klar wir sehen ja auch das Symbol alles klar alles klar so jetzt können wir nämlich hier unten anfangen mit einem Aluminium und zwar brauchen wir jetzt erstmal eine Fabrik und die macht ach ne das ist nicht Aluminium wir brauchen eine Fabrik aus Schwefel aus Schwefel Schwefel nehmen wir mal hier irgendein ins was nicht so groß ist hier oder hier vielleicht das hier nehmen wir das hier das Schwefel so bei den Schwefeln brauchen wir auf jeden Fall erstmal ein Deport und das werden wir jetzt mal easy peasy hier hin bauen Schwefel und jetzt Schwefel wir uns hier mal so außenrum und in der Schwefel geschichte wird Betonien hergestellt und hier packen wir dann Betonien rein und aus Betonien können wir dann im Fertigungswerk Straßen herstellen Straßen so dann machen wir das gleiche nochmal aber diesmal bauen wir das ganze hier ein bisschen weiter hier hin so da kommt auch Schwefel rein und jetzt machen wir hier wieder denselben Spaß so da kommt ein Fabrikski dran Fabrikski macht Betonski dann kommt ein Deport da kommt Betonski dran und dann kommt ein Fertigungswerkski und das stellt LKW Stations her so was brauchen wir für LKW Stations Betons genau so jetzt müssen wir mal ganz kurz kicken wenn wir jetzt hier ein Fabrikskin bauen was wollen denn ah Lastwagen werden aus mechanischen Teilen hergestellt das heißt die Lastwägelchen können wir ja theoretisch hier oben herstellen mechanische Teile haben wir hier das heißt wir nehmen ein Fertigungssträßchen drücken hier drauf und sagen baut uns mal Lastwaren die Frage ist gibt es ein Deport für Lastwagen nein gibt es nicht das heißt wir können das wieder wegschmeißen so wir haben aber hier kaum Maschinerie das heißt wir müssen hier wieder weiter bauen und zwar machen wir das so äh Eisen dann nehmen wir wieder ein paar Schieß bam 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 da machen wir ein Fabrikski daneben Fabrikski macht wieder Stahlstäbe Stahlstäbe dann brauchen wir ein Deport was wir nicht haben warum eigentlich nicht ach weil wir keine Deports herstellen weil wir das hier unten weggebaut haben okay das heißt wir machen Fabrikski äh bitte Stahlstäbe was brauchen wir denn wofür brauchen wir denn hier Stahlstäbe ja wunderbar genau dann machst du Stahlstäbe bitte ah das machst du schon alles klar und jetzt die Frage kann ich jetzt gleich hier ein Fertigungswerk dranhängen und kann sagen ich möchte gerne Depots bauen das geht nicht wahrscheinlich ne ne das geht nicht alles klar das heißt wir klauen uns hier irgendwo ein Deport äh wir haben ja hier irgendwo hatten wir hier irgendwo ein Depot hier bei den bei den Aluminium Leuten hatten wir da schon ja da ist aber schon Eisen drauf äh Aluminium drauf sage ich mein ich so wir brauchen noch ein Depot wir klauen uns jetzt einfach mal eins ich würde sagen wir nehmen das hier boing so dann können wir ratet die müssen wir auch boing machen boing so jetzt hier ein Depot da muss rein äh Stahlstäbe und dann brauchen wir ein Fabrikski und ein Fabrikski stellen wir her der Potski so jetzt haben wir auch wieder die Potskis und jetzt müsste das hoch oder gehen so der stellt her Stahlstäbe alles klar und aus den Stahlstäben stellen wir dann her mechanische Teile genau ah ich hab's raus da brauchen wir was ein Depot wir haben auch ein bisschen ach ist das cool ich hab voll Bock ey das ist ja nun schon wirklich alles einfach hier also für mich nicht seht ihr ja da hätte klar aber ja ich hab schon Bock ich hab Bock so und da packen wir rein äh mechanische Teile ne warte was stellt der her Stahlstäbe ja Entschuldigung Stahlstäbe Stahlstäbe und dann nehmen wir eine Fabrikski und der stellt nämlich her mechanische Teile äh nein gar nicht war auch verkehrt nein 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 du sollst jetzt hier nicht äh nein sollst du nicht hab ich nicht gesagt du stellst her mechanische Teile genau weil wir wollen ja hier mechanische Teile haben genau damit wir auch ein paar Autos haben wofür haben wir denn inzwischen ach der kriegt gar keine mechanischen Teile ab weil doch er kriegt welche ab alles klar das reicht aber immer noch nicht okay äh dann äh nehmen wir hier mal noch ein paar Extraktoren da können wir ja zum Beispiel hier noch einen hinstellen hier noch einen hinstellen und da noch einen hinstellen äh dann sollten die hier ein bisschen mehr Transportkapazität haben ist immer so lustig wie ich auf die linke Seite von meinem Monitor gucke und dementsprechend hier äh ne so und jetzt machen wir hier nochmal bam mechanische Teile und hier äh mechanische Teile so wir brauchen noch ein Depot können wir mal ins Depot fahren und mal ein Depot holen komm mal jetzt jetzt mach doch mal gib doch mal Kette jetzt hier aber wir bauen keine Depots warum nicht ach jetzt haben wir eins gebaut die haben wir nicht der wurde jetzt erst beladen jetzt haben wir eins gebaut sehr schön äh mechanische Teile so sieht das doch schön aus obwohl ja jetzt haben die auch mal ein bisschen was zu tun die Regisseur ja so ist das schön also es gibt ja noch keine Energie und sowas also oh was ist mit dem hier ach ich bin ja blöd wie zwei Meter Feldweg ey macht ja gar keinen Sinn da können sie ja ja nichts machen weil hier ist ja kein Eisen wir könnten aber hier noch ein Depot hinstellen mit Eisen und könnten jetzt hier noch welche drumrum bauen so könnten wir es machen genau dann haben wir hier wieder ein bisschen mehr Eisen und dann ist das gut also dann müssen wir mal gucken wie wir das nachher machen also ich finde das hier besser ja so ist das viel besser so aber diese mechanischen Teile sind ja jetzt natürlich nicht äh da wo sie sein müssen nämlich hier oben aber das bauen wir nachher um das kriegen wir hin so jetzt haben wir Aluminium äh Aluminium sage ich schon wir haben hier Concrete Concrete wir haben hier Straßen die hergestellt werden wir haben hier LKW Stationen die hergestellt wird was brauche ich denn noch was ist denn das hier Advanced Industry Versorgungszentrum wo ist denn die nächste Stadt hier hier ist die nächste Stadt die müssen wir jetzt versorgen das heißt wir brauchen Versorgungszentrum hier haben wir Beton warum stelle ich denn jetzt noch keinen Beton her ah weil wir diesen Beton gleich verbrauchen kann das sein ja genau ne Schwefel wird zu Beton und der Beton geht sofort in die Produktion weil wegen weil wegen ist so ok das heißt wir bauen jetzt hier nochmal eine dedizierte Station auf ähm so und da machen wir bitte Beton rein nein nicht Beton falsch da muss rein Schwefel so jetzt geht's los hier so da machen wir ein Fabrikski und in Fabrikski soll Beton hergestellt werden und hier bitte Beton auslagern so jetzt kannst du hier mal loslegen dann habe ich jetzt irgendwas Schwefel aus Schwefli wird Betonski aus Betonski wird Platy und Strassi und LKWs wir haben Straßen und LKWs was wir noch nicht haben ist ähm nein das war verkehrt das war verkehrt eine Fertigungsanlage und da müssen wir nämlich noch eine LKW Station herstellen genau die brauchen wir auch noch und die Frage ist wenn die jetzt irgendwann voll sind oder sind die überhaupt irgendwann voll wie viel passen da rein ehrliche Produktion 48 was passt da wirklich rein am Ende weiß ich noch nicht werden wir dann sehen das heißt wir brauchen aber jetzt noch eine Anlage äh weil wir ja jetzt auch noch äh äh wir brauchen ja jetzt noch eine die die für uns den Beton herstellt den wir jetzt brauchen ach nicht Beton ja doch Beton Beton genau Beton so hier bitte Beton rein so jetzt haben wir es jetzt müssten wir ja dann auch freien Beton irgendwann haben zum Straßenbau können wir mal ein bisschen schneller machen wir gucken was hier passiert ja jetzt kommen wir kriegen wir den ersten Beton wir haben hier zwar schon Beton aber der wird ja auch verbraucht also dementsprechend können wir das erstmal so lassen jetzt haben wir aber erstmal einen freien Beton so jetzt müsste ich ja theoretisch dieses warum kann ich denn das nicht nicht bauen ich hab doch Beton freien Beton oder nicht hier steht drin Beton konkret kann es nicht bauen ja was mach ich denn nun schon wieder verkehrt ach ich weiß warum ich weiß ich weiß es ich weiß es ich weiß es ja 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 pass auf jetzt brauchen wir nämlich hier wieder so ein Produktionsding Fertigungswerk da stehe ich jetzt mal hier hin und das muss wahrscheinlich ein Versorgungszentrum bauen genau so siehste ach das ist doch hier verkehrt wir brauchen noch Beton alles klar wir gehen zum Betonwerk bauen das Ding hier hin da und bauen hier ein Versorgungszentrum genau jetzt fängt das an zu bauen ah ich hab's raus ich hab's raus die Frage ist wie viel bauen die davon ja hört das Ding dann irgendwann auf oder nicht so jetzt haben wir hier ein Versorgungszentrum das bauen wir jetzt mal hier an die Stadt ran boop so und jetzt muss ich ja von hier aus wahrscheinlich muss ich jetzt das Zeug hinbringen was sie haben wollen was wollen die denn haben die wollen tja steht da nicht hier steht's Beton alles klar wir wollen Beton also müssen wir hier von unserer Betonmühle nein das ist unsere Alummühle hier von hier ja wir könnten theoretisch hier uns anschließen wir können ja erstmal hier noch ein paar Depots hinbauen weil so wie das nämlich aussieht produziert das mehr als wir verbrauchen oh das gefällt mir wie schön das aussieht das sieht so schön aus ah mit der mittleren Maustaste kann man übrigens kopieren ja wenn man hier drauf geht mit der mittleren Maustaste hat man genau das kopiert was man braucht hier mittleren Maustaste ja finde ich total geil so dann lass die erstmal jucken hier die Frage ist wie viel ist denn hier drin ist das irgendwann alle 324 323 ja das ist irgendwann alle ach du scheiße ok die brauchen Beton also bauen wir jetzt eine Straße und zwar von hier oben da brauchen wir jetzt hier erstmal so einen Anschlusskreisel und wir brauchen hier einen Anschlusskreisel so und jetzt müssen wir eine Straße bauen und zwar von hier oh oh Straßenbau war noch nie mein Ding oh naja das wäre Hilfe Hilfe Hammer so jetzt müssen wir sagen das ist der Start und das hier ist das Ziel Ziel ja ist er verkehrt rum ist egal wir klicken jetzt hier hin so so wir müssen das nochmal einmal umdrehen Start Ziel genau wir transportieren Beton und zwar fangen wir erstmal an mit fangen wir erstmal an mit 10 mit 10 LKWs mehr haben wir ja nicht wir müssen erst welche bauen jetzt fahren die los da fahren sie sehr schön so jetzt gucken wir mal was hier passiert wenn die das jetzt hier runterfahren die wollen ja erstmal Beton haben haben sie gesagt okay das gucken wir uns am besten in die nächsten Folge an wenn es sich wieder 34 Minuten hier haut rein tschüss euer Christ